Die Berger System GmbH hat im Auftrag der Stadtverwaltung Bautzen in diesen Tagen zwei funkelnagelneue Kassenhäuser geliefert und montiert. Das Stadion auf der Müllerwiese wird nach dem Regionalliga-Aufstieg von Buddisa Bautzen fit für die neue Herausforderung gemacht. Vorgefertigt werden die individuell geplanten Systeme in Ebendörfel. Das Unternehmen hat sich spezialisiert auf mobile Raumlösungen für jeden Bedarf. Mit Hilfe eines Krantransportes können die nach neuesten Vorschriften fertig konfigurierten Bauten bequem ab Werk zum Einsatzort transportiert werden. Am Ziel angekommen gilt es jetzt nur noch die meist baugenehmigungsfreien Container mit Sorgfalt auf den vorbereiteten Bodenplatten zu platzieren. Am Ziel ist es jetzt auch noch die Mühle-Aufstieg von Buddisa Bautzen. Über einen vorsorglich angebrachten Schacht werden schließlich noch die Medien zusammengeführt. Nach einigen Restarbeiten sehen sie dann richtig schick aus, die neuen Kassenhäuser auf der Müllerwiese. Und wenige Tage später wiederholt sich diese Prozedur. Bereits am Vorabend schaffen Tieflader in einem von der Polizei begleiteten Schwerlasttransport gleich drei Container in das Stadionareal. Hier soll ein modernes Multifunktionsgebäude mit 120 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Jetzt ist Präzision gefragt. Einige Tage später, die Profilholzverkleidung und ein Stebfalzblechdach sind mittlerweile montiert, können wir uns von der Funktionalität des gelungenen Mehrzweckbaus überzeugen. Es war für uns eine Herausforderung, dieses Projekt von der Konstruktion, Planung bis zur Aufstellung so umzusetzen. Wir sind ein bisschen stolz darauf, es so in dieser Art und Weise geschafft zu haben. Übrigens, beim Design berücksichtigen die Macher aus Ebendörfel beinahe jeden Geschmack, ob bei Carport, Bürocontainer oder Sauna. Informieren Sie sich auch im Internet.